Ah, ich hab mir gedacht, das ist eine Zwischensequenz. Und wieder neue Gegner. Das ist krass, wie viele... Aua, Aua, Aua. Wenn die Ward formen. Zora ist wütend. So. Oh, ich wollte sogar meine Wutform getroffen. Zack. Zehn Jahre haben wir, da ist noch einer. Zack. Aua. Äh. Ups. Aua. Bumm. Mit der Magie. Gut. So ein bisschen leben wäre nett. Ah, das Ding hätte ich wieder benutzen können. Guck mal. Oh, was sollte ich sogar machen. Ups. Ach, wir drehen das ganze Labyrinth. Alles klar. rotieren einfach alles. Kannst du mal rotieren lassen. So. Ach, hier nirgends was. Schade. Oh, was muss ich noch verkampfen? Oh, was muss ich noch verkampfen? Go Fie Bamba! Go! So. Da ist noch eine Umdämmliche Feature hier. Kann ja schon. So. So. Zack. So. Das scheint es gewesen zu sein. Dennoch kaputt machen. So. Ernsthaft gegen die noch kämpfen, oder? Dann kommt er ja. Ich kann ja gar nicht so, oder? So. 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 Scheint haben wir alles hinter uns. Sollen wir da runter springen? Oh. Oh. Let's see. Mickey Mouse. So. Und? Jawohl, wir sind in der Reihenfolge. Nice. Aber mit den Kisten noch nicht. So. 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 Habe ich ihm überhaupt Schaden gemacht? Aua. Ganz schön gemein. Das ganze hier. Oh, das ist Goofy. Aua. Aber hier haben wir einen Contour-Shit jetzt schon. Mit Contour-Shit lässt es sich einfach viel viel besser kämpfen. Noch mehr! Achso, der macht nur... Der kann ein Doppelteam. Der ist wirklich weit an Pokémon, okay. Okay, und hier soll ich... ... also drehen. Speichern, speichern, speichern. Level 31. So. Gucken wir uns natürlich erstmal ein bisschen um. Wenn hier irgendwie noch eine Kiste versteckt ist oder so. Aber scheint nicht so der Fall zu sein. ... 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 Das ist komisch. Oh. Da haben wir einen Weg. Aber... Ja, kistentechnisch ist das immer ein bisschen... Oh, lol. Eine Falle. Wir müssen Goofy helfen. Zack. Ja. Zack, zack, zack. So. Hopp, 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 hopp. Aha. Hier können wir uns eigentlich auch nochmal drehen. Achter meine Güte. Was ist das für ein Labyrinth hier? Okay. Natürlich nochmal. Ja, darf ich mich auch mal verteidigen? Was ist das für ein Labyrinth? 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 Ja, auf der das Labyrinth hat mich natürlich getroffen. Autsch. Hallo! Come on. Boom. Max AP. Hyperheilung. Oh, das klingt ja cool, Hyperheilung. Sollten wir vielleicht noch mal die Fähigkeiten meiner Partner angucken? Wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Irgendwie filmen wir echt immer noch die ganzen Kisten. Irgendwie sind wir Kisten los. Gar nicht noch zurück. Ah, das war halt so ein bisschen auffällig, fand ich. So, wenn wir uns das auch haben, Kisten haben wir noch kaum eine gefunden. Oh, hier haben wir auch sogar. Was ist das? Ich kann die Schnellreisern treten, okay. Achso, müssen wir. Okay, dann treten wir mal die Schnellreisern. So, Aua. Okay. Und eine kleine, häusliche Fahrt. Wenn ich das mal. Oh. Ein langer Korridor. Das ist, wenn ich im Bustkampf wüsse. Ich kann mal ausschauen. Aua. Trotzdem muss ich mir immer noch davon treffen. Aua. Oh, hey. Nicht immer alle auf einmal. Zack. So. So. Zack. Komm her, du. Autsch. Bauen wir den Hals. Zack. Ja, hat auf jeden Fall viel gemacht. Natürlich um eine Millisekunde den Raketentanz verpasst. Erkennst nicht, ne? So, weg. Was der Arme will. Zack. Ja, unsere Fokusfähigkeit. Die verlesst du ja ständig. So. So, klappen wir hier wieder alles. Auf der anderen sollte noch eben schnell. Ich hätte sehr erwartet, dass ihr euch so ein großer Gegner auftaucht und so einfach zerstört gefühlt. Ja, ich steuere mich aber noch ein bisschen, wenn man den Modus geht. Alles klar. Alles klar. So, obere Ebene. Da sind wir lang, können wir langfahren. Okay, was haben wir hier noch? Gucken wir uns einfach mal ein bisschen um hier. Zack. So. Ah. Okay, also in alle Richtungen. Musste ich irgendwie hinfahren. Dann. Kommen wir mal einfach in die Richtung. Was ist das für eine Arena? Eine krasse Arena. Oh. Das war schon. So. Ja, die mit ihren ganzen Schüssen, äh. Da kann ich mich ja eigentlich gegen wehren. Das machen wir doch mal dann, ja. Eigentlich müsste ich jetzt die ganze Zeit irgendwie ihn treffen können. So. Im Bauch halt entdeckt schon das noch Geld. Ja, schon ist das hier leer, wa? Tätas. Oh, cool. Die sind hier effektiv. So, dann wird ja noch ein Gegner werden, wa? So. Ist ja irgendwie... Da, hier kann ich nicht mehr. Aber selbst hier sind wir jetzt eine Kiste, oder wie? Finde ich ja gemein. Zumindest hier hätten sie eine Kiste verstecken können. Ist hier vielleicht irgendwo ein... Lucky Emblem? Scheinbar nicht. Irgendwut. Dann gehen wir mal hier rüber. Schauen wir mal, was wir hier haben. Oh, ich hab was gesehen. Ja, das hab ich schon gesehen gehabt. Jawoll. Und wenn's jedes gefunden ist, jetzt eigentlich? Oh. Respekt am Ende. Wir laufen durch. Wir laufen, was Lucky Emblems angeht, gerade momentan richtig durch. Sehr schön. Nur die Kisten irgendwie, die fehlen. Komplett. In einem Glück und in einem anderen Pech, oder wie? Auf jeden Fall, hier sind auch keine Gegner, oder so, aufgetaucht. So, das wird einfach nur da gewesen, für das Lucky Emblem. Würde ich jetzt so vermuten. Fragen. Hinterfragen. Ja, und hier geht's natürlich dann zum Bossfight, würde ich sagen. Wegen dieser komischen Kugel allein schon. Ah, hier sind's halt rum. This must be the exit. Ah. Hier sind alle Kisten versteckt gewesen, Kappa. Was ist das? Was ist das denn stehen hier, Macher? Ach, dann komm ich wieder runter, das. Aber hier war ich ja auch noch nicht, ne? Sollte ich zumindest nicht. Zack. Mal hier ein paar Kala noch sammeln. Ja, ja, du. Jawohl. Ey, warum ist das jetzt in die andere Richtung gedreht, die Dreckstecke? Wo ist er da? Hallo, komm ich hier hin. Hallo? Sind die Gegner? Scheinbar nicht. Ach so, jetzt bin ich einfach wieder hier. Ach lol. Ah, okay. Okay, ich bin also mit dem, mit dem ich mich an der selben Stelle wieder rausgekommen. Dass jetzt hier noch Gegner waren. Bin ich hier mal langgekommen oder? Ich glaube nicht, oder? Puh, schwer zu sagen. Na egal, dann gehen wir wieder hoch. Ich hätte ja nichts zu sein, außer ich könnte da im Beruf springen, was ich nicht glaube. Irgendwo Lucky haben bleiben. Hm. Dann auf geht's, aber, würde ich sagen. So, haben wir ja nur die Kugel hier. Die eisige Kugel. Ah, okay, come on. Äh, der Nordberg. Was ist da? Ah, Speicher. Speichern erstmal. Zeig, kann man hier eigentlich mal speichern, würde ich sagen. Vorsicht, Cyber. So. Wir haben hier einen Weg und wir haben da einen Weg. Puh, gehen wir lang. Hier ist bestimmt oben an der Wand, ist ein Lucky Emblem. Zack, geht kaputt. Zack, zack, zack. Noch mehr Fallende Hilfe. So. Aua. Aua. Was ich dir nicht getroffen habe. Ist ja nichts. Zack. So, ja mal. Das scheint es gewinnend zu sein. Hier kann ich schon hoch. Gehen wir doch mal da hoch. Dass ja hier was versteckt. Was müsste das doch hier gewesen sein, oder? Ach so, da bin ich hier hochkann. Ah. Okay. Nichts gesagt. Gibt es hier noch? Ach du. Meine Güte. Ach, hier gibt es noch eine Kiste zu holen. Mit den, mit der Waffe ja auch, ich höchte schon rein. Zack. Das war easy. Endlich wieder eine Kiste. Wie geht das denn mit den Kisten aus? Sind wir da jetzt besser dran? Na, es geht. Ich würde ja behaupten, dass wir hier nochmal zurück sollten. Einfach nur, weil wir den anderen Weg mal gehen sollten, weil da scheint hier der Hauptweg zu sein. Würde ich jetzt behaupten. Was war denn hier noch? Das ist hier der Weg, wo wir waren. Was soll, hier waren wir? Ah. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann können wir doch da weitergehen. Habe ich nicht gesehen, sorry. Ja gut, dann weiter geht's. Entschuldigung, wusste ich nicht. Jetzt lern wir ja auch nichts. Dann gehen wir mal hier rauf. Das ist da auch noch was. Ja, jetzt soll ich da hochkommen. Frag ich mich dann eher. Jetzt habe ich auch irgendwo noch ein Lucky Emblem versteckt. Geh stark von aus. Oh, da ist noch eine Kiste. 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 Ja, geil. Oh, passt. Ja, ich will nicht runterfallen. Ja, das wird möglich. So. Da geht es noch. Hier ist auch schon auch noch was.